Ja, die bauen noch gar nicht. Hau links, hau links, wenn ich baue. Bauen die von uns? Ja, links, hinten. Bauen die raus? Warte, hat noch nicht angefangen. 15 raus, 15 raus. Oder mehr. Wir haben noch mehr. Ja, wir sind weiter draußen. Guck. Ivos ist Mojan. Ivos hat die Welt erschaffen. Ivos hat sogar den Urknall erschaffen. Bo, da. Bo, komm her. Medirapt da. Ah, Bo. Was kannst du? Junge, Innovative. So ein Drecksclan. Oh Gott. Pass auf, ich mach in ein Loch, ne? Nicht reinlaufen. Ja. 2 Sekunden später, ah fuck, bin ins Loch gefallen. Jo, wahrscheinlich läuft die Scherbo selber rein. Wollen wir drauf? Die sind zu dritt, oder? Nein, einer, einer. Ja, ne, es sind zwei, es sind zwei, lass drauf. Ah ne, jetzt. Ja, komm wieder drauf. Einer von denen hat drei Hits, ne? Der Magic-Ding ist da. Magic, Mai. Drop aber die Watt oben, wenn es. Ja. 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 Du darfst auch was sagen. Oh, ich fick dir gerade ja. Die sind los. Die sind jetzt noch nicht. Die lag's nicht mal. Abgehoben. Oha. Wollen wir auf den Hint tasten? Warte, das sind vier Leute, chill gerade. Das kriegt grad eh nix. Lass einfach nur kurz hier n X-Ray zu killen. Warte, ich bin auch gleich oben. Ja. In Sekunden. Oh, noch ein Hint, ne? In Sekunden, ich komm mit einer, ich komm mit zweier Schwert und zweier Brust. Boah, Lasse. Dann geht Lasse als letztes. Oder als erstes, weil ich tanken. Ja, nein. Ja, nein. Gib mir das zweier Schwert, dann geh mir das als erstes, als tanken. Nicht tanken und damit. Die wollen, da hab ich zum One-Stack-Raum bauen. Bei wem ist nimmst du dann? Ja, gib mir das zweier Schwert. Du machst ja einen Essen auf Tank. Gib mir das zweier Schwert. Wenn ihr den hinteren bekommt, dann durch. Auf deine Essen. Auf deine Essen. Ja. Geh weg. Komm, ich geh rauf. Der hat noch einen Leuten, nur einer. Lass du X-Ray. Okay. Lass du, du musst rauf, du musst vor. Das sind vier Leute. Achtung, jetzt machen wir dich lassen. Warte, wie machen wir das? Das sind vier Leute. Einfach nur auf den Hünder. Das sind drei, der da hinten kommt nicht hoch. Der da hinten kommt nicht hoch. Auf X-Ray, auf X-Ray. Eda, da auf X-Ray. Alle auf X-Ray. Lass du, du musst first rauf, du musst first rauf lassen. Ja, warte, wer ist X-Ray? Ich weiß nicht, wer ist X-Ray. Der ganz hinten. Ja, man zieht ihn. Go. Ja, der ist hinten, ganz hinten. Hab drei, hab drei Leute. Nur mal ganz erlaubt. Ja. Na ne, der Bo is down, Bo is down. Junge. Wir müssen nicht abbauen, bitte. Ja. Lass mich vorgehen, du hast Eisenpickel. Ich hab Stein. Die haben zwei Bögen, lol. Ja. Das ist unnötig. Eine macht unten und einer ist auf dem DNT-Schutz. Warte, fuck. Ja. Ja. Haha, Junge. Kannst du nicht mehr Buchstaben, oder was? Ah. Achtung. Geh, er geht mir direkt mit 13 an, ne? Muss sagen. Oh. Dann müssen wir, I tap. Loschen. Ja, schieß nur auf mich. Deine. Da. Schüsse drei. Ist euch tot. Du bist laut. Er kriegt genug Leute. Und irgendwie da, wenn es. Aber du hast gespielt schon was, oder? Ja. Ja. Wo sind die 10 noch? Wo sind die 10 noch? Ja. Wo sind die 10 noch? Ja. 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 Und. Ich hab's. Ja. Der Mann. Wo ist man Fuß angeschlafen? Ich wär schon fertig, oder? Ja. Ja. Uhren. Sohn. Und ich sag's dir hinwohnen. Ich hab's mir egal, ob das meine Mutter oder meine Mutter oder nicht. mit U-U-U-Rin so lang und H und jetzt zweite und so ein Lieben ja sind wir da zwei kommen unten ein Volle-Kuh, ein Rafe-Kuh, dann noch ne Kuh ich geh one stack aber helf den vorne wenn du so laut die haben zwei Hits ne? also der 1 hat 2 und 2 Volle-Kuh ja hab 2 der schrittst du auf 10 T-Schutz ne? ja wir machen vor, ich sparen auf 13 Schafe ja ich hab ein Herz er braucht 4 jetzt wieder brauchen wir noch nicht 12 oder 14? er hat noch einen Hint ne? pass auf, pass auf, das sind 12er hab einiges blieft nur roll doch bitte den T-Schutz bitte hab ihn noch ja 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 lass du dritt einmal speeden dann müssen die hochkommen falle also bist du auch noch sag der Klan mit Wemes lass rauf, lass rauf Matthias so ne Treppe nur so ne ich glaub ich gehst traf, sag doch was ich hab nur gesagt, lass rauf Matthias, lass rauf ich hab auch nicht gehört ey lol du hast gar nichts gesagt bei mir auch nix mehr ich kann dir gar nicht mit dir auch noch mit schicken komm Kontos blieb ja bin zauern wer ist denn da oben? bist du? ne Gegner komm noch mal lasse 15 KT, weil du Gegner dich unterscheiden moin ne weiß du hast du wenn Matthias down ist, dann ist es entweder ich auf den Bow den EP geworfen hat um den T-Schutz zu spieven oder ich ja ich werfe für P-Schutz, den T-Schutz zu spieven ja deswegen, hast du da wohl der wahrscheinliche Auffall der Base hat zwei 13er Hits ne oder das ist halt ein Gegner der ist ja mit spievet da sind zwei ja da sind drei Leute jetzt ne steckt euch einfach auf was ist die Fichtbare Side? ne ne alles gut ja tu mir mal Blöcke rein ja auf was ist die äh 123 123 wer ist hier drin? erstes Lafrohr spring äh geht die ey bau mal leg mir mal Blöcke rein äh steck dich äh 4 und dann spring steck dich 4 spring ey warte mal ähm Leute lass dich klatschen lass dich klatschen helf mir ja alles gut alles gut hmhm dann ja ok die Ranch war nicht legit bei mir ja ich hab 10 Herzen lass michs üben Junge Konta spiel bisschen legit also ich bin Freider Junge ich hab ich spiel legit du Kek ach ja 3k9 ist legit für mich lol äh legit bei Alex ist legit ich hab zwei Konta du bist jetzt dran ich weiß die Ranch ist nur in letzter Zeit zu komisch aus bei dir haha Matthias hat verkackt oha ich hatte fast das Bett ah jetzt komm so ich hab verkackt nur ich hatte fast das Bett ja ich wurde runter gehauen und war beim Bett dran ey bau mir jetzt bitte wie heißt ähm Konter so ne so ne base vor der ne base damit ich spamen kann immer also immer damit ich mich so frei bewegen kann verstehst du was hä ne base vor der ne base was weißt du was ich meine also ich bin jetzt hier außen und es ist einfach so ne linie vor der ne base einfach weißt du hä von deiner schicht aus ja hinten bei uns wenn ja von hier weiter so in die richtung halt ich hä lass stehen ist das laufen ja laufen unten kommt einer wa oh ey mit dem bow in der base ist so nervig wie die spiel ach so wir sollten einfach die chance nutzen 10 T-Shot zu bauen wenn man zu dritt unten ist ich komm auch noch ja ja alter halt halt noch mehr ich hier lag ein gold okay oh nice saved ich hab ein gold von denen ein gold ja lag hier unten auf dem weg er sagt saved wenn ihr warpowder geben weil das eine gold auch junge zwei herzen Matthias machst du erste schicht nach was ist denn die schicht äh speck warst du die erste schicht höchste ja schnell schnell ähm 131 zwei hochlaufen laufen laufen 169 131 ey zwei hochlaufen ja schnell zwei hochlaufen schnell pass auf das nicht die haben jetzt alle scharf schon ausgekontert man uah das hier runterlaufen wie sad direkt ich weiß nicht wo er steht ich sehe den auch nicht da kommt einer hoch der hat einen rot glaube ich oder was war das ey wenn ihr mir ein ep reintunen würdet ne ich könnt direkt die heißt das bleibt holen ja der ist never legit ja scharf das ist verrecken allein ja hast du keinen Eisenschreck gemacht klasse einen habe ich nicht so alles im rück ne nicht also jetzt hab ich 5 6 10 sie reicht mach wieder mach wieder scharfe rein boah ich hasse diesen krebsbogen pass auf ich würde jetzt mal schreiben alle 10 aber ich lass das einfach mal ja wenn du runter spreefst ja ist jetzt wangst alter die sind noch nicht schon wann wird das andere gespeed was grad hast ja wieder rum gefallen ich hätte lieber kein 13er gemacht da waren irgendwie ist die ziel sie wurden mit 15 ok die scharfe kommen bei 47 blieb ich die lasse nice pass auf die scharfe kommen gleich die scharfe kommen gleich jetzt 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 genau jetzt die scharfe die scharfe die scharfe die scharfe man ab geht zurück ich habe es unten kann nochmal ein scharf machen ich habe das scharfe ein augustrum Drei Chords sollten bei, also 0, 4 und 5 Ich war nicht so gut, glaub ich Der Backen bleibt genau so nicht so lang Über dir Über dir, wenn man es ja kommt, muss dahinter Das war nur so Mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt Nein, Junge, wie viel E-Chess, alter, übertreib Geh hoch den Tent, oder Lenk ab, ich kann es blieben, dann Komm, komm, komm Da kommt unser Tanzfreund da Komm, mach jetzt, tut da Oh, mach jetzt, tut da Oh, mach jetzt, tut da das ist eine riesen posse laufer schicht okay das machen 3 die sind low die sind low die sind low ja komm mach nimmst ja jetzt ist best hier nimmst ja hinten hinten voller kultart soll ich ernsthaft ne 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 die sind voller kultart jetzt nur der eine hat hier nen schwert aber ein herz du geh hoch geh hoch was ist denn deren ecs drinnen ja bau du ab ich bau hier dann bau einfach ab alle irgendwas da kommt einer mit schwert vor sich noch viel hs abgebaut aber nicht viel aufgesammelt ich darf es runter ne ich kann den nicht treffen weil das so n wegen weg ist ja 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 Das war Femmes. Oh, Junge, Bow, Mann! Muss man ins ADS haben. Ich dachte, du meinst muss, ey. Ich auch, gut. Verdeckt, Bow. Minus 1, 51 geht auch. Richtig schaffen. Also, guck mal, guck mal, guck mal. Soll das hier hin? Hier! Nein, 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 nein. Weiter nach links. Ja, ja, ja. Noch ein, da links. Ja, da. Da, hier, genau hier drauf. Jo. Pass auf, unter hier. Also, da steht kein ET. Okay, lass, überlebt mal. Ich mach jetzt 10T. Oh, oh. Überlebt mal, ich mach jetzt 10T. Noch eine. An dem Kost steht kein ET, aber daneben steht eine. Pass auf, pass auf, pass auf. Hier, lasse. Überleb. Verstanden? Lass überleben. Der Bow, Alter. Er kommt schon direkt hoch und schießt. Ich schieße ihn weg. Alter, aber ich muss doch alles frei. Das geht. Das mach jetzt, mach jetzt. Mach einfach. Der Bow hat zwei Hitze und baut sich ein. Oh mein Gott, direkt auf den Block. Scheiße. Bett offen. Ben's dir. Ups. Ja, wenn ich's mach. Ich krieg's nicht, weil der mich totet. Boah. Es geht, es geht, es geht. Kriegst du noch wen? Ja. Schööön. Jetzt zwei Plays bleiben. Der ist one-hit, der ist one-hit, der ist one-hit. Ja, ich mach auch MLG. Nein. Der hat einer, ein-hit. Geht ihr vor, ich hab Eisenschwert. Geht ihr vor. 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 Der lagst du. Öhm. Oh, Dreierkommung. Wenn es, wenn es kennt. Oh, what the hit, Alter. Ehm. Ach. Ach.